Mein Name ist Guido Sauerland, ich bin Geschäftsführer der Nexoma GmbH mit Sitz im schönen Sauerland und wir sind Softwarehersteller für Software rund um Produktdaten. In unserem Vortrag geht es sehr lebhaft interaktiv mit dem Publikum darum, sich um Produktdaten zu kümmern und diese in verschiedene Formate wie BME-CAD, ETIM und Co. entsprechend zu überführen und außerdem haben wir ein wunderschönes Bild, wo Horst Huber Seifenblasen bläst. Ich bin schon mehrfach auf dem Print Day gewesen und werde das auch weiterhin tun. Der Print Day ist eine sehr lebhafte Veranstaltung mit vielen witzigen Effekten und Gedanken drumherum und es ist immer ein tolles Programm. Der reine Vortrag ist gut und drumherum gibt es ein tolles Programm, das immer wieder Spaß macht und gerade jetzt nach Corona eine der ersten Veranstaltungen, die überhaupt wieder stattfindet. Eine ganz tolle Organisation hier.